Wie kann ich den Sender empfangen? Für Sky-Kunden ist der Sender nicht mehr auf den Senderplätzen 100 bzw. 101 zu finden, sondern auf den Senderplätzen 200 und 250. Für Zuschauer, die keine Sky-Kunden sind, gilt Sendersuchlauf durchführen. Neuere Geräte, Receiver oder Fernseher führen den Sendersuchlauf in der Regel automatisch durch. Hier wird Sky-Sport News HD ab dem Morgen des 1. Dezember gelistet und empfangbar sein. Unser Tipp? Sky-Sport News HD nach dem Sendersuchlauf auf den Senderplatz Nummer 11 speichern. So findet man ihn leichter wieder.